Ja, unsere Einnahmen steigen, wie gesagt, die Zinsen sind es halt, nach wie vor. Ja. So, die Finanztransaktionssteuer hatten wir schon, hier haben wir die Internet-Tags. Die hatten wir uns auch schon mal angeguckt. Genau, die haben wir vorhin auch nochmal angefasst, oder? Oder haben wir uns nur angeguckt? Ist schon eine Weile her, dass wir sie erhöht haben. Da wäre jetzt die Überlegung, ob wir sie wieder ein Stück runterfahren aufgrund des Bruttoinlandsproduktionsnettlichen. Ja, wenn ich sie eine Million, Moment, 4,6, 3,6. Wenn ich sie eine Milliarde runterziehe, ist GDP 1,2 Prozent. Müssen wir halt eigentlich sparen. Und jetzt würden wir auf eine Milliarde verzichten, wenn wir das machen. Ja. Finde ich nicht gut. Finde ich auch nicht. Dann gucken wir mal weiter. Plasticback-Tags haben wir volles Matt hoch. Gibt uns 100 Millionen. Ja. Ja. Junk-Food-Tags. Unser Health ist immer noch. Junk-Food-Tags könnten wir jetzt tatsächlich mal anfassen. Ach so, nee, aber das ist Einnahme. Ja, schon. Ja, genau. Die ist schon auf Anschlag. So, dann haben wir hier, die haben wir letztes Mal eingeführt, die Graduation-Tags, also die Abschlusssteuer, wenn man an einer Universität seinen Abschluss macht. Ja, und da haben wir schon echt hart diskutiert, ob wir die überhaupt nehmen oder nicht. Ja, die würde ich jetzt auch so lassen. Dann haben wir die Grundsteuer. Auch da weiß ich nicht, ob wir da nicht schon langsam es ausgereizt haben. Ja, ich denke schon. Umfragewerte sollten uns aber eigentlich nicht interessieren, würde ich fast sagen. Na ja, dadurch, dass es eh unsere letzte Wahlperiode ist, ist es wahrscheinlich auch egal. Nachwuchs, die sind schon. Wir können das auch noch, äh, das wäre mir jetzt zu hart. Eieiei, das tut mir jetzt gerade ein bisschen weh. In Bezug worauf? Auf die Auswirkungen auf die mittleren Einkommen, weil die sowieso schon... ...so knapp sind. Aber, ach, egal, wir brauchen das Geld. Aber, ich weiß ja, 61% ist schon fett. Ja. Ist es, aber... ...würde ich auch machen. Na gut. Puh. So, dann haben wir hier... ...public tax returns. Wir sind gut, was die Korruption angeht. Es bringt uns nichts, hier dran rumzuschrauben. Kostet uns auch nichts. Also, es ist... ...kann von mir aus gern so bleiben. Ja. Dann unsere Drogensteuer. Da sind wir schon ganz weit oben. Ich auch so lassen. Ja. Ist stabil im Gegensatz zur Tabaksteuer. Die Tabakuse ist... ...unten. Dann wäre mein Vorschlag, es ähnlich zu machen, wie bei der Alkoholsteuer. Ein Stück runterzufahren von der Prozentzahl her, damit wir dort wenigstens ein bisschen einen abhaben. So? Oder weiter? Ne, ich würde vorsichtig sein damit, ne? Ja, wäre ich auch. Ich finde das auch gut. Wir wollen ja auch nicht, dass die Leute alle wieder anfangen zu rauchen. Ja. Vermögenssteuer, um Gottes Willen. Vermögenssteuer. Ja. Ja. Die Vermögenssteuer. Wir können hier auch noch ein Stück hochgehen. Also, wir haben jetzt gerade in dem Sozialsystem... ...echt krass gekappt. Und da müssen wir irgendwie gucken. Ich würde nur so einen Tuck nehmen. Ja. 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 Tja, und dann sind wir hier bei der Willensteuer. Wir haben auch mal ein Prozess. Auch 400 Milliarden, oder? Ja, bevor der Anstieg bei den zur Ruhe gesetzten zu krass wird. Wobei die uns, glaube ich, echt mögen. Noch. Da können wir mal gerade gucken. Ja. Ja. Ja, tatsächlich. Ein bisschen kommen wir da schon. So? Ja, so finde ich gut. Okay. Und da sind wir eigentlich durch, durch alle. Also Lohnsteuer und Vermögenssteuer nicht. Äh, Lohnsteuer und Einkommenssteuer nicht. Wir haben ja schon von der ganzen Weine Lohn- und Einkommenssteuer gesendet. Ja. Wenn wir fair sind, müssten wir hier auch nochmal einen Tick anheben. Lohnsteuer oder Einkommenssteuer? Lohnsteuer oder Einkommenssteuer? Beides? Ähm... Beides. So? Ja, bei viel höher würde ich es auch nicht... Ja. Ja. Und dann... Hier können wir nur noch absenken. Heißt also nächste Runde und wir fassen die Ds an. Äh... Ja, die beiden lohnen sich halt wirklich. Genau. Äh... Okay. Nächste Runde. Oh. Unser nationales Fußball-Team ist aus dem World Cup ausgeschieden, früher als gedacht und alle finden es doof. So. Tags sind wir durch, ne? Jetzt kommen wir zum letzten Sektor. Ne, die Einkommenssteuer haben wir uns noch. Ah ja, Einkommenssteuer. Und wir haben dann noch diese eine Flugsteuer, die wir vorhin nicht einführen wollten. Die haben wir, glaube ich, noch im Köcher, oder? Ja. Oder die wir abgeschafft haben. Ja, genau. Die, äh... Flugbenzinsteuer. So. Ja. Wir sind bei 46. Mhm. Fünf Milliarden anheben. Das ist kaum GDP-Impact. Ich würde's... Ich würde... Zehn Milliarden anheben. Wir müssen Geld besorgen. Schon. Ähm... Das ist mir schon... Schon bewusst. Ja, dann lass uns die zehn Milliarden nehmen. Wir... Wir werden mal schauen, wie sich das auswirkt. Und jetzt die Fluggeschichte, genau. Ah, Airline-Tags. Kostet uns 28 politisches Kapital. Dann lass uns die in der nächsten Runde einfach machen. Das vergleicht direkt in die nächste Runde hier. Ja, da überschießen wir... Warte mal. Äh... 50. Ja, überschießen wir nichts. So. Airport Expansion. Ja, interessant. Sind wir direkt wieder beim Thema. Ähm... Ähm... Es wird verlangt, dass, äh... Der Flughafen unseres Landes, äh... Äh... Einige Flughäfen unseres Landes, ähm... Größer werden. Ähm... Einfach, weil nicht genug Kapazitäten da sind, um die Flüge, die im Moment reinkommen, äh... Abzufertigen. Und an dieser Stelle würde ich jetzt sagen, wir drehen gerade an den Steuern. Und das ist eine einfache, äh... Das ist die, äh... Einfache Art und Weise, da rauszukommen. Delay Decision. Definitiv. Allerdings, ähm... 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 Wenn wir auf Allow Expansion gehen, steht da, es hätte eine positive Auswirkung auf unser Bruttoinlandsprodukt. Und selbstverständlich bin ich auch eher für Delay Decision. Ich weiß nur nicht, ob, ähm... Unser Finanzproblem schon so ist, dass wir uns ernsthaft mit, äh... Flughafenerweiterungen auseinandersetzen. Dann würde ich sagen, dann erlauben wir das und führen jetzt eine Flugbenzinsteuer ein. Dann ist das, äh... Ausgeglichen. Und wir haben hoffentlich unterm Strich positive Effekte. Okay. Tourism und Air Travel geht hoch. Ja, dann, äh... Das ist ja super, weil dann können wir eine Steuer einführen, die direkt Kapital schlägt aus, äh... Dem, äh... Gestiegenen Flugverkehr. So. Wo wollen wir die ansetzen? Ich sag jetzt mal hier, wir haben... Ist natürlich ein krasser Schlag auf den Tourismus. Ja, aber die sind um 12% oder so nach oben gegangen. Ja. Also, damit könnte ich gut leben. Okay. 2 Milliarden mehr. So, dann gehen wir jetzt zu den Public Services. Da sind wir schon zu Teilen durch gewesen. Also, erstmal... Ähm... Verpflichtende, ähm... Markierung von Essen. Hat einen negativen Impact aufs GDP, aber die positiven Sachen sind ganz gut. Ich würde es nicht wegen Einsparungen hier, äh... Erniedrigen, aber ich würde vielleicht, äh... So in diesem Bereich gucken, was es beim Bruttoinlandsprodukt macht. Ne, 0,3. Aber Health ist der Impact auch nicht so groß. Aber wir sparen auch kaum was dabei. Äh, nein, nein, nein. Was macht hier... Da sind wir gerade auf dem absteigenden Ast. Deswegen würde ich da vielleicht nicht rangehen. Das kann ja mit auf die Wiedervorlage lesen. Ja. Food Labeling. So, dann haben wir hier, äh... Die verpflichtenden, äh... Fremdsprachenkurse. Die lassen wir. Ja. Sagen, äh... Organspende, nee. Da haben wir drüber diskutiert und die lassen wir so. Ja. Würde ich sagen. Äh, das hier ist Term... Executive Term Limit. Da haben wir irgendwann auch mal wieder hochgestellt. Wir können das runtersetzen, aber wir sind jetzt gerade auf dem Geldsparmodus. Hier sind wir beim... Climate Change Adoption Fund. Da geben wir 20 aus. Den würde ich runtersetzen. Einfach weil wir an sich gerade schon gut aufgestellt sind. Ja, wäre ich dabei. Dann haben wir hier, äh, Executive Term Length. Ah, da sind wir auf vier Jahre. Achso, ja, aber das... Das ist ja... Ja. Vier Jahre, äh... Wir sind auf Geldsuche. Dann die Förderung der... Wir wollen nicht unsere Verfassung ändern, sondern wir wollen Geld sparen. Genau. Äh, unsere Kulturförderung. Da würde ich nichts runternehmen. Nee, ich auch nicht. Dann haben wir hier die Erwachsenenbildung. Education und Productivity für... Hm, eine Milliarde. Gucken wir mal. Wer kann ein Stück rumhängen? Das wäre okay. 100 Millionen? Ja. Okay, dann haben wir hier, äh, die Abtreibungsgesetzgebung. Ich jetzt auch nicht. Also, kostet nichts. Ja. Würde ich auch mich nicht drum kümmern. Dann haben wir hier, äh, Cyberbullying Awareness Campaign. 100 Millionen. Eltern sind, also, es ist jetzt so ein Meinungsding, Eltern und Jugendliche. Ja. Dadurch, dass wir gerade viel tun, dass uns Leute nicht mögen, könnten wir für relativ wenig Geld wenigstens einen positiven Impact erhalten. Ja, denke ich auch. So, dann sind wir hier. Drug Treatment Scheme. Kostet uns gar nichts und hat einen Impact auf plus 4% Health. Würde ich auch. Weil wir keine Drogenabhängigen haben, ja. Dann, Keep the Country Tidy Campaign für 150 Millionen. Runtersetzen. Gucken wir mal aus Environment. Können wir abschaffen? Können wir abschaffen. Okay. Also, wir können sie auch abschaffen. Ich hätte sie nur runtergesetzt, aber wir können sie auch abschaffen. Ich würde sie eher abschaffen. Okay. Weil, wenn wir sie auf Minimum setzen, kostet sie immer noch 56 Millionen und hat null Impact auf unsere Umwelt. Wenn wir das machen wollen, dann können wir sie lieber ganz abschaffen und sparen nochmal 50. Ja. So. Ach, jetzt wird wieder alles reshuffled. Aber ich glaube, ich habe es noch auf dem Schirm. Dann haben wir hier Selective Schooling. Kostet uns auch nicht. Ist eher eine Politik-Ausrichtung. Das lassen wir mal. Healthy Eating Campaign. Können wir sich runtersetzen. 50 Millionen sparen? Ja. Dann haben wir hier die freien Augentests. Die hatten wir mal hochgesetzt für den Health Benefit. Und für den Impact auf die Armut. Wenn wir da 20 Millionen sparen, ist das schon 0,5% Armut. Also da würde ich sagen, das lohnt sich nicht. Das würde ich so lassen. Das würde ich so lassen. Das bringt ja auch nichts. Genau. Das ist so gering. Dann haben wir hier den verpflichtenden Schulsport. Die Jugend findet es doof. Der Impact auf Health ist ganz gut. Ich könnte mir auch vorstellen, den abzuschaffen. Das könnte ich mir auch vorstellen. Das hatten wir gerade. Das hier ist die Sprachkurse. Das war vor allem wegen International Trade und so. Das ist zwar nicht wenig, aber die Vorteile sind halt wirklich gut. Da wäre höchstens interessant zu wissen, ob wir es einfach nur so ein Stück runterfahren. Wie sich das auswirkt. Weil damit könnte ich jetzt noch so leben in dem Bereich. Foreign Relations ist abgesagt. Ich würde es so runterfahren, aber dann sparen wir 30 Millionen. Für 1% Foreign Relations und 0,7 International Trade. Das lohnt sich irgendwie nicht. Nee. Dann haben wir hier die Lebensmittelstandardbehörde. Die könnten wir auch ein Stück runterfahren. Aber da ist die Frage, ob es sich dann überhaupt noch lohnt. Also grundsätzlich würde ich sie eigentlich gern behalten. Ja, dann würde ich sie auf dem Level behalten. 80 Millionen. Tja, Reforestation. Geben wir eine Milliarde für aus, weil es auch Unemployment macht. Wenn wir es runternehmen, haben wir Unemployment 1% und sparen 300 Millionen. Könnte ich leben. Alles klar. Dann. Social Justice Fund. Ja, wir haben nicht mehr genug Kapital. Ich würde nächste Runde machen und dann machen wir hier weiter. Gern. Ilona Schuster möchte wieder Bio-Fool-Subsidies. Nee, tut mir leid. Und Factory Farming Law. Also eine Gesetzgebung für die industrielle Landwirtschaft. Es geht um das Tierwohl und ob wir härtere Tierwohlverordnungen erlassen wollen. Grundsätzlich, ja. Ja, würde ich auch sagen. Besonders, weil es uns, glaube ich, kaum wehtun kann. Denn unser Food Price ist auf historical low. Deswegen können wir uns das leisten. Farmer finden es doof. Kapitalisten. Äh, ah. GDP. Schade. Ich hätte jetzt echt mit Food Price gerechnet, aber... Wir sind schon wieder kurz vor der Wahl. Also machen wir mal weiter. Social Justice Foundation, könnte ich mir vorstellen, können wir abschaffen. Ich finde es eine tolle Einrichtung. Aber fast 200 Millionen, nur für einen Impact auf Liberalism. Es sind noch andere Bereiche, auf die es sich auswirkt. Und würde ich nochmal anders drüber nachdenken. Aber dadurch, dass es der einzige Bereich ist, bin ich da auch für Cancel Policy. So. Dann haben wir hier, äh, Stammzellenforschung für 300 Millionen. Gibt uns einen Boost einfach mal. Und das steigt sogar noch an, weil es ist noch nicht so lange her, dass wir es erhöht haben. Ähm, das dauert halt sehr lange. Äh, Impact aufs, äh, Bruttoinlandsprodukt und auf Gesundheit und auf Technologie, würde ich so lassen. Ja. Äh, die... Unterstützung für Jugendclubs. Die wir runterfahren wollen, vor allem deswegen, weil wir sowieso eine relativ geringe Kriminalitätsrate haben zurzeit. Und die, äh, das Jugendpolitik-Counsel, äh, würde ich abschaffen... ...würde ich nicht komplett abschaffen wollen. So, 100 Millionen? Ja. Okay, dann haben wir hier Fachhochschulen. Haben wir erst... ...kürzlich erhöht. Impact auf Technologie ist auch noch nicht durch, oder? Ja, nee. Da kommt noch was. Könnten wir auf dem jetzigen Stand lassen. Für, ja, 100 Millionen. Hm. Würde ich lassen. Ich jetzt auch lassen. Dann haben wir Stamp-out-Racism-Week. Also, Racial-Tension sind wir auf einem Low. Kostet uns 150 Millionen. Könnten wir auch abschaffen, weil wir haben kein Rassismus-Problem. Richtig. Würde ich auch machen. So. Bibliotheken. Wenn wir ein Stück runterfahren wollen. So. Ja. Und da sind wir schon wieder raus. Und nächste Runde. So, ein Minister... Transport-Ministers... Free-School-Meals. Die haben wir abgeschafft. Abgeschafft. Weil... Genau. Machen wir nicht. Machen wir nicht. Oh. Schade. Okay, der Tourismus nimmt ab und die Meinung bei jedem nimmt ab. Tja. Äh... So. Das haben wir reduziert. Die Ausgaben für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk... Puh, höchstens so. 200 Millionen. Ja. Ja. Ich kann auch nicht viel mehr kürzen. So, und dann sind wir auch schon quasi durch. Wir haben noch... Die Förderung für Universitäten. Da haben wir schon angefasst. Vor nicht allzu langer Zeit. Und das runtergesetzt. Aber wir haben auch... Kann ich überlegen, aber... Wir haben halt die Graduation-Tags. Also das kann man halt nur so... Genau, aber hier noch. Ja, so ein Stück. Nicht viel. Man kann nur in Schritten. Hm. Ich könnte damit leben, weil wir gerade echt überall Geld sparen, hier auch das ein Stück runterzusetzen. Okay. Dann Schulsystem. Ein Stück runterzusetzen, vorrangig deswegen, weil wir ja ein supergut ausgebildet... Also bisher wirklich ein supergutes Bildungssystem haben. Wir könnten hier drei Milliarden sparen. An diese Grenze würde ich gehen. Ja. Ja. Und dann haben wir hier noch... Ja, School Prayers könnte man mal abschaffen. Ja. Könnten wir. Auf der anderen Seite... Kommen wir es auch lassen. Also so richtig weiß ich jetzt nicht. Ja. Komm, lass uns abschaffen, dann ist es übersichtlicher doch. Jawohl. So, im Chat lese ich gerade... Reden halten. Ja, wir können reden halten. Oh, krass. Hast du das gesehen? Ja. Unsere Popularität ist hoch, aber... Wir verlieren fanatische Supporter und Aktivisten und Mitglieder in unserer Partei gehen runter. Die anderen Parteien sind quasi zerstört. Aber das wird wahrscheinlich... Da haben wir lange nicht drauf geguckt. Das wird wahrscheinlich jetzt dazu führen, dass wir eine große Anzahl Nichtwähler haben. Ja. Jetzt nix. Dadurch, dass wir gerade wirklich überall einsparen und es keine Bevölkerungsgruppe gibt, die davon nicht betroffen ist, müssen wir das jetzt leider Gottes aushalten. Ja, und ich würde jetzt auch keine Reden halten, wegen unserer hohen Popularität. Wir können das politische Kapital echt... Na gut, wir sind ja jetzt auch quasi durch. Durch alles. Und jetzt sind wir wieder bei Law & Order. Genau. Ach nee, Law & Order war der letzte, ne? Stimmt. Obwohl, nee, mit Law & Order haben wir angefangen. Aber da haben wir... Haben wir da alles durchgeguckt? Nee, ich glaube nicht. So, Community Policing... Ich glaube, ich würde... Würde ich lassen, weil es einen hohen Effekt hat für... Nicht so viel Geld. Ja. Dann die Liebe. Also Legalized Sex Work würde ich auch so hoch lassen. Ja. Das hat uns geholfen bei der organisierten Kriminalität. Dann hier die elektronische Fußfessel. Wir haben... Das ist auch geholfen für sehr wenig. Ja. Was haben wir hier? Proportional Fines. Ja. Die können wir auch hochsetzen. Wir haben jetzt die öffentlichen Steuererklärungen. Und insofern ist es eh abhängig vom jeweiligen Einkommen. Ja, gibt uns ein paar Millionchen. Aber... Jedes Millionchen zählt. So, jetzt sind wir auch schon wieder... Nächste Runde. Wir sind auch inzwischen bei 30 Milliarden mehr, die wir jedes Mal einnehmen im Vergleich zu vor drei Runden. Ach. Das ist schön. So, jetzt haben wir genmodifiziertes Essen. Da ist es jetzt auch wieder... Wir hatten das jetzt schon mehrfach. Und hier haben wir einige große Agrarkonzerne. Sind interessiert daran. Und an der Stelle muss ich dann schon sagen, direkt ban the sale of GM Food. Konzerne. Ja. Man kann das auch im Kleinen bauen. Tatsächlich haben GMOs, also genmanipuliertes Essen, hat keine negativen Gesundheitsfolgen. Das Problem ist, große Konzerne, die dann sich zum Monopolisten aufschwingen. Deswegen, wenn man das steuern könnte, dass das im Kleinen regional tatsächlich umgesetzt wird, mit hohen Kontrollen, wäre das eine sinnvolle Politik. So würde ich sagen, ban. Bin ganz bei dir. Ach, GDP 3. Tja. Wir können Wahlversprechen abgeben. Äh, gucken wir mal. Defizit ist gesunken. Die Weltwirtschaft sinkt weiter. Äh, sie sinkt wieder. Tja. Schade. Wir haben es probiert. Ähm, weißt du was? Ich gucke auf Uhr. Wir haben kurz nach zwölf. Ähm, ich würde keine Wahlversprechen machen, sondern ich würde jetzt gucken, was die Wahl bringt. Ja. Also, einmal muss ich da drauf klicken. Manifesto. Ich möchte keine Wahlversprechen geben. Und jetzt machen wir nächste Runde und schauen uns die Wahlergebnisse an. Ich sage 38% Nichtwähler. Romy, was sagst du? Was sagt der Chat? Ich sage 45. Ich bin sehr gespannt. Also, lassen wir mal laufen. Oha. Du liegst sehr richtig wahrscheinlich mit deiner Schätzung. Romy. 45% Nichtwähler. Toller. Auf den Punkt. Und die Property Rights Party hat ein paar Stimmen eingefahren. Unsere Grundsteuern und was wir da nicht alles erhoben haben auf, ähm, Co-Appretik? Ja. Okay. Ich würde jetzt total gerne wissen, ob wir, äh, wenn wir jetzt mit dem neuen Term anfangen, ob es vielleicht nochmal die, irgendwer auf die, äh, Zinsen guckt. Ja, ich würde jetzt hier die beiden Roten einmal austauschen. Einfach nach unserem Standardprinzip Popularity und wer ist geeignet für das Ministerium. Ähm, ähm, so, Loyalty und da hätten wir Christel Jansen. Gute Fokusgruppen bringt 1,6. Fast noch bessere. Aber dann haben wir es uns eh mit so ziemlich allen Gruppen verschärft. Noch am wenigsten mit den ethnischen Minderheiten. Das stimmt. Dann nehme ich die. Mhm. Ja. Und Transport Loyalty. Oh. Umweltschützer und Liberale. Ja, das passt. Eingestellt. Oder wir nehmen Julia Keller mit ein wenig mehr, aber unglaublich viel Experience. Das können wir auch machen, ist auch okay. So, und jetzt haben wir ein reines Frauenkabinett. Hat sich so ergeben. So, haben wir noch ein Dilemma direkt nach der Wahl. Eine Internetseite wurde populär, ähm, und zwar wurde sie stark kritisiert von religiösen Menschen. Die religiösen Gemeinschaften und, äh, äh, Führungspersönlichkeiten haben, äh, Ketzerei geschrien und verlangen, dass die Seite, äh, runtergenommen wird. Und, äh, Gewaltschaft, Proteste außerhalb unseres, äh, unserer Bürogebäude, die Handeln verlangen. Und an der Stelle würde ich sagen, okay, wir sind ein säkularer Staat, keine... Das müsst ihr aushalten. Das Einzige, was wir halt nicht wissen, ist es, ob es nur kritisch ist oder ob es schon an der Grenze des Erlaubten ist. Oder drüber hinaus. Wir wissen schon wieder viel zu wenig. Ja. Und wenn's... Ich bin da auch eher bei Take No Asher. Okay. Ja, liberal und religiöse. Okay. Äh, hier haben wir wieder die, äh, Junkfood-Tags. Niemand hat unser Credit-Rating runtergesetzt. Unser Defizit steigt weiter. Die Weltwirtschaft geht runter. Ja, und dazu kommt, dass jetzt diese ganzen Wirtschaftsgeschichten, die wir vorhin hatten, um das Bruttoinlandsprodukt zu stabilisieren, die haben wir jetzt nach und nach rausgekürzt. Ja. Insofern bin ich gespannt, wie das sich entwickelt. Ja. Ja. Und wir haben jetzt über eine Wahlperiode keine Anfassung der Zinsen gehabt. Und das finde ich dann schon echt schwierig. Total. Ja. Wir sind im Moment hier. Die Schulden steigen immer weiter. Wir haben eine Schuld von 16,3 Billionen Euro. Unser, unsere, unser Zinssatz ist der absolute Wahnsinn. Wir haben es geschafft, über viele Jahre unser Bruttoinlandsprodukt konstant zu halten, obwohl die Weltwirtschaft abkrepelte. Aber leider ist das Bruttoinlandsprodukt auch nicht hochgegangen, als die Weltwirtschaft hochkam. Und jetzt ist sie gerade wieder am sinken. Und hier unten sind unsere Einnahmen und Ausgaben sehr, sehr weit entfernt von dem, was wir als Schuld haben. Unglaublich. Und im Moment geben wir für Zinsen fast 70% aus und unser Einkommen besteht von 62% aus neuen Schulden. Also, puh. Und das bei den hohen Zinsen. Ja. Und wir haben hier überall Kürzungen durchgeführt und so weiter und so fort. Und wir haben auch debattiert darüber, machen wir das jetzt weiter? Und, naja, wir sind nicht wirklich zu einem Ergebnis gekommen, oder? Also, wollen wir das bis zum Ende weiterführen? Es war schon auch schmerzhaft die letzten Wochen. Ja. Also, es immer wieder zu probieren und immer wieder zu hoffen, dass vielleicht irgendwann doch die Zinsrate angepasst wird. Und es passierte einfach nicht. Ja, also, unsere Situation ist schlimm. Wir haben super viel Ausgaben eingespart, aber wir können halt die Zinsen einfach nicht einsparen. Die werden uns auffressen. Und dementsprechend habe ich mal ein kleines Experiment durchgeführt. Und, genau. Dieses Experiment würde ich euch gerne jetzt mal zeigen. Also, ich habe einfach mal einen Zeitraffer gemacht über die nächsten zwei Wahlperioden, was passiert mit uns. Auch wenn wir, ich habe jetzt nicht Einsparungen gemacht, aber ich habe jetzt einfach nur mal die Entwicklung. Weil wir haben super viel eingespart. Wir können vielleicht noch 30, 40 Milliarden irgendwo einsparen oder Mehreinnahmen generieren. Aber wir sprechen über Milliarden und hier oben sind wir in Billionen, also drei Größenordnungen mehr. Ja, und ich würde mal den Zeitraffer mal kurz abfahren, den ich gemacht habe. Also, einfach immer nur die Entwicklung. So, das ist unsere Ausgangssituation. Und jetzt schreitet das so langsam vor über die Jahre. Die Weltwirtschaft geht nach unten. Unsere Schulden steigen einfach immer weiter. Unsere Einnahmen nähern sich nie unseren Ausgaben an, einfach weil wir so viel Geld für Zinsen ausgeben. Und jetzt gleich kommen wir zu einem Punkt, wo es die nächste Wahl gibt. Und da sieht man, dass die eine, The Democracy Party, ähm, schon, ja, also, äh, im Prinzip, ähm, ich mach das mal kurz auf Pause und geh nochmal zurück. Hier, ähm, schon wieder ein bisschen hochgekommen ist mit 9%. Aber wir haben trotzdem immer noch die Mehrheit erreicht. Obwohl wir es nicht hinkriegen, den, den, den Haushalt in irgendeiner Form zu sanieren. Es gibt auch ein Update, wie man sieht im Spiel. Bei den Nichtwählern wird, wird so ein bisschen auch Parteizugehörigkeit gezeigt. Aber das Video ist noch längst nicht am Ende. Ich hab weitergemacht. Die nächste Wahlperiode. Und dann gucken wir uns mal an, wie es weitergeht. So, die Weltwirtschaft steigt wieder. Unser Bruttoinlandsprodukt steigt dementsprechend auch langsam wieder. Aber das tut so gut wie nichts mit unseren Einnahmen. Wir können niemals diese unglaubliche, ähm, diese unglaubliche Schuld, die wir aufgehäuft haben, auch nur ansatzweise in irgendeiner Form, äh, Herr werden. Hier sieht man's. Ähm, wir sind mittlerweile über drei Viertel, äh, Einnahmen und, äh, vier Fünftel fast sind, äh, unsere Ausgaben sind nur Zinszahlungen. Und jetzt kommen wir zur nächsten Wahl. Und ich hab in diesen Runden nichts gemacht. Also ich hab einfach immer nur weitergeklickt. Und die haben wir auch gewonnen mit 78%. Die andere Partei ist auf 12% hochgekommen. Also, ja, wir können halt viel diskutieren. Aber wir sind, äh, an einem Maximalwert des Spiels angekommen. Äh, ich mach mal gerade auf Pause. Wir sind, ähm, irgendwo, äh, an einem Extrempunkt von dem Spiel angekommen, wo wir kaum noch was erreichen können durch unsere Aktionen. Es geht einfach nur weiter. Und mittlerweile hat der Entwickler Cliff, ähm, Cliff Harris auch ein bisschen was dran geändert. Nicht nur diese Darstellung, die man jetzt hier sieht, dass die Nichtwähler etwas aufgebrochen sind. Und man auch auf, äh, Wahlanalysen klicken kann. Das heißt also, wer hat wen gewählt, dass man das auf die Fokusgruppen, die es gibt im Spiel, beziehen kann. Ähm, das hat er geändert. Das heißt, es gibt total viele Änderungen, die diese Wahl, was wir auch immer gesagt haben, irgendwie, wo kommen die Nichtwähler her? Ähm, dass man das tatsächlich, ähm, bei der Wahl auch noch mal ein bisschen besser verstehen kann. Und, aber natürlich würde es viel mehr Sinn machen, wenn man quasi ein neues Spiel anfängt mit den Verbesserungen, die jetzt drin sind, ne? Also, äh, es, Cliff hört auf Feedback. Und ich hab auch das, was Romy immer gesagt hat mit den, äh, mit dem Credit Rating und so auch weitergegeben. Aber, ähm, er meinte, ja, er hat's auf der Liste, aber, ähm, natürlich ist das, äh, hat er sehr, sehr viel auf der Liste. Einiges waren Bugfixes und so, aber, ähm, ja, das, das Spiel ist in der Early Access, also Beta und wird fortwährend verbessert. Wie man hier auch ganz eindrücklich sehen kann. Ja, aber das Ende vom Lied ist, wir können, wir können hier keinen Blumentopf mehr gewinnen. Also Defizit 300, 360 Milliarden Euro sind das. Wir werden da in diesem Spielstand nicht wieder rauskommen. Das heißt, an dieser Stelle machen wir einen Strich unter den ersten Versuch Deutschland auf Schwer. Im Prinzip sind wir in der Alpha-Version des Spiels gestartet, äh, mit in die Beta-Version rein. Auf YouTube sind wir mittlerweile bei Folge, äh, 33 oder 34. Ich weiß nicht genau, wo ich das reinschneide, aber das sind, und jede Folge ist mindestens eine halbe Stunde lang. Also, äh, das ist schon echt viel, was wir da, ähm, äh, rausgeballert haben. Und ich glaube, wir sind hier in einer Sackgasse, wo wir, äh, dem Spiel keinen Gefallen tun und uns auch nicht. Weil wir können total viele schlaue Sachen sagen, aber das, was uns kaputt macht, ist halt der hier. Ja. Unsere Zinsen, 70 Prozent im Moment. Ja. Das heißt, wir haben entschieden, wir machen hier jetzt erstmal eine Pause. Also, oder was heißt eine Pause? Nein, nicht eine Pause, sondern wir spielen diesen Spielstand Deutschland auf Schwer. Nochmal zur Erinnerung, wir haben damit angefangen in der, äh, äh, in der Alpha-Version, als das Spiel noch nicht auf Steam verfügbar war. Also, ich weiß nicht, vor sechs Wochen, glaube ich? Hm. Vor fünf oder sechs? Ja, irgendwie so was. Ja, nee, genau. Vor sechs Wochen. Vor sechs Wochen haben wir, äh, angefangen. In der Zeit hat sich massiv was am Spiel geändert. Und auch die Spieldynamiken sind anders. Und, äh, Cliff, ich hab's auch ein bisschen ausprobiert. Ähm, diese, diese Krise hier, die, äh, Schuldenkrise, wirkt sich viel krasser auf, ähm, auf die Wählergruppen aus, auf die Umfragewerte. Also, man wird mit so einer, mit, ähm, mit so einer, ähm, Krise nicht diese Geschichte hier kriegen. Und hier sieht man auch an dem Voting Intention, wo wir immer wieder drauf gesehen haben, hier hat sich auch schon etwas verändert. Dieses Feld war noch nicht da. Current Value und Peak Value. Ähm, also hier werden jetzt mit der Zeit auch mehrere Graphen erscheinen. Der Grüne ist noch nicht da, ähm, weil das jetzt, weil wir bisher in der neuen Version quasi hier noch nichts gespielt haben. auf dem Spiel standen. Also, hier ist sehr, sehr viel neu im Spiel. Und das heißt, ähm, wir werden auf jeden Fall nochmal, ähm, das anfassen und auf der höchsten Schwierigkeit Dinge probieren. Wir haben ja jetzt auch Ansätze, ähm, gefunden, wie wir das gut managen. Indem wir quasi alle Bereiche durchgehen und zunächst kürzen, um die Schuldenkrise in den Griff zu bekommen. Um dann das Kapital zu haben, um gestalterisch tätig zu werden. So soll es ja eigentlich auch sein. Oder was heißt, so soll es sein? Also, ähm, die, wie die Schulden reinspielen, ist halt nochmal eine etwas andere Mechanik, die wir nicht gewohnt waren. Äh, das ist jetzt auch ein Lernprozess gewesen. Und das soll auch nochmal besser im Spiel ausgedrückt werden. Aber alles ist Work in Progress. Äh, und ich hoffe, ich hoffe gerade, dass niemand traurig ist, dass er oder sie heute zu Democracy 4 gucken gekommen ist. Und wir sagen jetzt, ach, wir hören jetzt auf. Na, wir hören auf mit Deutschland auf schwer. Mit auf jeden Fall unserem, mit, äh, unserem Spielstand. Und ich glaube, ich habe auch ein bisschen was davon erzählt, wie das weitergeht mit der Spieleentwicklung. Also, wir haben jetzt schon etwas gesehen, äh, in der letzten Version, wie sich Dinge verändern. Wie man, äh, besser, äh, Sachen im Spiel sich ansehen kann. Ähm, also wie man tatsächlich besser versteht, was gerade vorgeht. Auch mit diesen Wahlentscheidungen, da hat sich einiges getan. Und, äh, Cliff ist auch super dankbar über unser Feedback, was wir gegeben haben. Also, immer wenn ich das erwähnt habe in den Streams, ich werde das Cliff schreiben, habe ich das tatsächlich auch getan. Er freut sich darüber, aber er kann natürlich nicht alles sofort implementieren. Ähm, aber auf jeden Fall ist die Spielbalance geändert. Wenn wir jetzt ein neues Spiel starten würden und wieder eine Debt Crisis kommen würden, dann würden wir auch mit hoher Wahrscheinlichkeit schneller abgewählt. Also, hier wurden wir ja gar nicht abgewählt. Unsere Popularität würde krass nach unten gehen. Tja, also, hier sind wir mit, äh, Deutschland auf schwer, sind wir jetzt tatsächlich, äh, durch, würde ich sagen. Und, das ändert nichts daran, dass wir, äh, dass wir nicht, äh, dass es nicht eine, einen zweiten Versuch geben wird, Deutschland auf schwer durchzuspielen. Aber heute ist ja der dritte Elfte und was ich total gerne machen will, ist, ähm, äh, Freude damit haben, mich mit Romy auszutauschen, mit euch im Chat mich auszutauschen. Und irgendwie, ich wollte schon ganz lange Twitch-Streaming machen, weil ich Computerspiele liebe, aber weil ich auch Wissenschaftskommunikation gerne mache. Und was Politik angeht, bin ich halt, naja, äh, ein ganz normaler Bürger ohne professionellen Hintergrund. Und deswegen freue ich mich, dass Romy gesagt hat, sie wird, ähm, mitmachen. Und ich lerne halt von ihr, ich bemühe mich, meine Sichtweise mit reinzubringen. Ähm, und ich möchte quasi, ich will nicht einen Kanal machen, der sich mit Wissenschaftskommunikation beschäftigt, direkt nach vorne, sondern ich möchte einen Kanal haben, der sich mit Computerspiel als Medium auseinandersetzt und dass wir über Wissenschaft quatschen. Egal, ob es dann Physik ist, Mathematik, Politikwissenschaft, Geisteswissenschaft, Gesellschaftswissenschaft, äh, wie, wie man das auch, äh, haben möchte. Und ich hoffe, dass ich was dabei lerne, dass ihr dabei zusieht, wie ich was lerne und dass es für euch in irgendeiner Form erhellend ist und vielleicht auch unterhaltsam. Das ist mein Ziel. Und, äh, Romy hat ein Spiel vorgeschlagen und ich hatte das auf dem Zettel und wollte das auch demnächst mal vorschlagen. Äh, und da sie das dann vorgeschlagen hat, dachte ich mir so, ja, alles klar, das, ähm, das machen wir. Gehen über auf ein anderes Spiel. Das heißt nicht, dass wir mit, äh, Democracy 4 nicht weitermachen irgendwann. Es ist immer noch in der Entwicklung. Ich hab ein bisschen was erzählt, äh, wie ich das sehe und ich würde total gerne, bevor ich jetzt irgendwie irgendwo draufdrücke oder so, ähm, äh, gerne von dir, Romy, hören, wie sich das bisher so für dich angefühlt hat. Ich meine, ich kann jetzt auch schon nicht mehr davon, äh, davon sprechen, dass du jetzt der Gast bei mir bist, weil Dienstagspolitik haben wir gemeinsam gemacht. Also das sehe ich jetzt nicht als etwas, wo ich sagen würde, ja, ist mein Channel und du bist halt einfach nur Gast, weil ohne dich würde es nicht funktionieren. Naja, grundsätzlich finde ich es unglaublich spannend, dass du, dich, wir, uns und auch alle, die uns jede Woche zugucken, dazu entschieden haben, sich jede Woche an einem Dienstag drei, vier Stunden Zeit zu nehmen, um über Politik zu reden. Und nicht nur Überschriften zu lesen oder vielleicht mal einen Artikel zu lesen, sondern sich damit mal auseinanderzusetzen, zu fragen, wie sehen andere Leute das. Und Democracy 4 hat uns die Möglichkeit gegeben, mal wirklich drauf zu gucken, wie hängen denn unterschiedliche Dinge zusammen. Dass, ähm, ich merke, ich müsste in Volkswirtschaft noch ein paar Kurse bedingen oder wahrscheinlich in der einen oder anderen weiteren Disziplin, aber jetzt auch von der Schuldenkrise wäre Volkswirtschaft, glaube ich, wirklich dann die beste Wahl gewesen. Und in den, äh, in den Diskussionen, auch im Chat oder auch im Server ging es auch immer mal wieder darum, wie, wie wäre es denn, wenn Democracy 4 ein autoritäres System wäre oder wenn wir jetzt mal richtig böse spielen, ähm, und versuchen, das System auseinanderzunehmen. Und da habe ich immer gesagt, das, das ist mir zu einfach, weil es geht so leicht, dieses Emotionsschüren. Und wir haben dann drüber nachgedacht, wie, was könnte man denn dann machen? Aber wie könnte man sich diesem Thema totalitäres System nähern, ähm, und trotzdem irgendwie fachlich zu sein? Und aus diesem Grunde haben wir uns für ein Spiel entschieden, was ihr jetzt wahrscheinlich schon eingeblendet seht. Nee, noch nicht. Noch nicht, ihr seht's noch nicht, ich seh's noch. Nee, du siehst es, ich würde jetzt, ähm, äh, ich würde es jetzt mal starten. Genau, aber währenddessen vielleicht noch ein Satz. Äh, die große Herausforderung, gerade wenn man in so einem autoritären System ist, ist mit seinen eigenen Moralvorstellungen klarzukommen, mit ethischen Anforderungen, die man vielleicht selber hat oder die man von seinen Eltern, von seiner Familie, von seinen Freunden bekommen hat und trotzdem irgendwie funktionieren muss. Also geht's um Handlungsspielräume, darum Interessen auszugleichen. Und ehrlich gesagt empfinde ich das als den härteren Teil, wenn es um Politik geht, als das simple Steuern von Einladung und Ausgaben. Äh, jetzt hab ich schon umgestellt und jetzt, äh, starte ich mal das Spiel ab. Und dann sprechen wir drüber. So, meine lieben Menschen, wir spielen For the People. So, meine lieben Menschen, wir spielen For the People.